Hey sehr und konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Let's Play Girls und Panzer und wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben und zwar bleiben wir hier in diesem Kapitel, wenn ich die richtige Taste drücken würde. Hier ist nämlich X, ähm, Abbrechen und Kreis bestätigen. Haben wir, glaube ich, schon gesehen? Yes? Skip? Ah, so. Gut. Dann schauen wir mal, wie es Oarei ergangen ist, während Prada angegriffen hat. Oder, 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 zu Hilfe kam, wie auch immer man sehen will. Zwei Tanks zerstören. Nao, warte doch einfach mal. Oh, war das... Pssst. Wir haben versehentlichen Teamkameraden angegriffen. Wir haben gesagt, dass wir alle nicht mehr verletzen haben. Wir haben gesagt, dass wir von Nishizumi-Tai-Chau diese Tatsache verletzen haben, oder? Aber wir haben gesagt, dass wir die Tatsache verletzen haben, oder? Immer schön an Regeln halten und wenn möglich nicht die eigenen Leute abschießen. Das wär... Übrigens hat sich hier jemand in einem... Ähm... Ähm... Macht der da? Egal, ich... Ich ignoriere das jetzt einfach mal. Ich möchte... ...angreifen eigentlich. Ja, jemand hat sich das Spiel in der japanischen Version geholt und nicht verstanden, warum die Matches so kurz waren. Der hat sich dann beschwert... Äh, warum ist das nur so kurz? Der steht ja in der Missionsbeschreibung. Zwei Tanks zum Beispiel haben wegmachen. Und der da... ... lebt nicht mehr lang, oder? Der ist da und so. Wir haben die Mission jetzt schon mal erledigt. Was ich aber wirklich schade finde, ist, dass es wirklich kurze Missionen sind und dann immer zwei Stunden lang... ... Gespräch. Da kann ich ihn dann schon ein bisschen verstehen, warum er sagt... Äh... ... nicht ganz so cool. Ich hätte auch gern ein bisschen mehr, sagen wir so. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Das, äh... ... kann man ja jetzt noch nicht sehen. Gut. Oh, hier haben wir einiges. Und... ... Das war's für mich. Ich habe mich immer noch geholfen. Ich weiß nicht, ob ich die Möglichkeit habe, dass ich mich nicht mehr so schnell verabschiedet habe, dass ich mich nicht mehr so schnell verabschiedet habe. Ja. Verdammt. Die Verrückung des Flags fiel. Dennoch wird es schwierig. Natürlich! Wenn die mit den anderen Handluft soeben, schweißen sie nicht so. Die Probleme sind einfach am朗 Legacy. Damit hat sie vollkommen recht. Oh, Herr Junin. maxi sie da bitte total weg ist die 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 Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, I see! That's it. You still have a year for a year, right? I can't remember. Right? Yes. I think that's a great idea, Katusha-san. All of us, we'll be together together. Yes! Katusha-san has failed a lot. Oh, I've been doing this. Nonna! I can't tell you anything. You're like, the Nishizumi's team, but... The team's really amazing, isn't it? It's a small one, but... You're a small king, right? You're a small king. You're a small king. Yes, yes. I thought I was on a bike when you're on a bike. But the team's really amazing. Even even small. You're a small king. You're a small king. You're a small king. You're a small king. Just, everyone. If you're talking a lot, you'll hear the Katusha-san. You're right. You're right. You're going to count them in Siberia, and you're going to the Katusha-san. Where's the Katusha-san? You're sorry. Sie hasst es klein genannt zu werden. Ich glaube, ich glaube, es ist ein kleines Erfender-Sportler-Sportler-Sportler-Sportler-Sportler. Ich denke, dass ich nur die Gefühle, die Leopon-San-Team war, nur die Leopon-San-Team war. Das war so glücklich, Soboko. Ja, ich denke, wenn ich mich mit dem Bezugreifen habe, ich denke, dass ich einfach nur die Leopon-San-San-Team war. Ich denke, ich denke, dass ich nur die Leopon-San-Team war. Ich denke, ich denke, ich denke, dass ich auch die Vorstellung war. Ich denke, dass ich auch die Vorstellung war. Ich bin ein wenig, aber ich bin ein wenig. Ich bin ein wenig, was ich im Moment das Spiel zu sehen. Ich bin ein wenig, was ich als die Welt der Welt ist. Wenn du mit dem Koffer eine Stimme anstattest, dann wird es ein wenig, was du mit einer Stimme anstattest. Ich denke, dass ich die Zeit aus dem Koffer-Bereich war, weil ich so eine Power-Up-Version war. ich frage mich jetzt ernst auf wie lange das jetzt noch geht ist nicht langsam ein bisschen overkill ich will weitermachen ich frage mich jetzt mal Ich glaube, dass diese Kampfgruppe mit den beiden Chancen geöffnet hat, was der Turnier-Punkt. Ja, ich habe das Wort gesagt. Oh, das war das? Micho, ich glaube, alle haben das alles gemacht. Nachdem ich die Kachscha-Kachscha-Kachscha-Kachscha-Kachscha-Kachscha-Kachscha-Kachscha-Kachscha-Kachscha-Kachscha-Kachscha-Kachscha. Oh, das stimmt! Bei der Zeit anfang, wenn sie die Kachscha-Kachscha-Kachschacht auf die Himller nicht transportieren müssen, Às nicht nochtlesky, das war es. Ich frage sie dich zu einer großen großenелиимся. Hachima. Hedey吉 und Tukor先f Relax. Ich frage sie dich für! hat das jetzt allen ernstes knapp zehn minuten gedauert gut gehen wir die liste von oben nach unten ab und starten mit erwien im team so geschichte und so das geschichtsteam wenn ich hoffe das wird später irgendwann bei ein bisschen weniger und ein bisschen mehr match und so das war schon irgendwie cool drei tanks ok gut dann haben wir daher schon mal das erste ziel ich war ziemlich weiter hinten ok ich fand sie mich nicht nach hinten ich fahr einfach irgendwie und so wie das war ein bisschen zu viel der panzer kann sich hier beziehungsweise die war nun kann sich ja auch nur grob ausrichten ach frage jetzt habe ich das nachladen nicht gekriegt ich habe schon wieder nicht mitbekommen weil der eine tank panzer kaputt gegangen ist was passiert habe ich den einen ich bin gegen einen anderen panzer gefahren habe ich ihn damit umgehauen oder was naja gut jetzt haben wir wieder 20 jahre cutscene wahrscheinlich erst mal bekommen wir einen neuen panzer renault schall b1 bs ok meinetwegen ich kann ja jetzt immer hier sagen ja es gibt story kennen wir ja schon bereits gut weiter geht's mit sodoko spitzname ich weiß noch nicht mal wie sie den bekommen hat habe ich vergessen naja ist ja auch das hier mal laden wird danke und wieder sind zwei panzer wir haben zwei und der erste ist down gut dachte jetzt schon dass ich den versau er mit der mit der mit der mit der mit lasse ich und ich in ruhe er ist auch hinüber dann schnapp ich mir jetzt dich noch einmal und das war's wir haben ein panzer verloren anscheinend er hat sie hat an also rückzug und nicht vor stürmen wir wissen ja wie das ausgeht jemand einfach so wie nach vorne und das macht einfach nur out ich habe 100 prozent hit ratio cool präferate ja meinetwegen so skippen wir noch einmal und wir gehen jetzt auf pradas seite mit nonna schauen wie es dort ausgegangen ist beziehungsweise was sie dort währenddessen sie beschossen wurden gemacht haben so wie ich mich kenne fahr ich wieder irgendwo gegen das ich hihihi im deutschen sagt katyusha dass sie deutsch reden so finde ich cool irgendwie hoch ist ja ich fahre auch was weiß ich wohin und die brauchen lange zum laden dann kriegst du nicht mal richtig hin er wird jetzt schon so gut wie down sein dann mache ich das halt selbst ja ich drehe mich ja schon ich hätte schnell laden können und ums evans panzer hält aus definitiv aus waren noch zwei treffer und dann dürfte der auch hinüber sein jetzt noch einer und das war's mit dem so ein kleines strecken einjagen genau in die führer kap genau zu dem fahrer und das sogar der schwachbogen alter ist er geflogen all 20 minuten ok na gut dann haben wir dies kapitel ja jetzt auch bald beendet uns bleibt noch ein kampf und zwar was heißt kämpfe ein szenario und da spielen wir dann die gute katyusha auch mein liebkingscharakter im anime mark hat ja jetzt würde ich so und diesmal sollte ich nicht gegen einen baum fahren ich fahre gegen eine wand dagegen eine mauer vielmehr so nach vorne und wow hier sind ein paar das war nur scratch damage das war aber ein guter treffer der nicht viel schaden gemacht hat bei dem mache ich schon mal keinen schaden ich weiß jetzt gar nicht ob ich den getroffen habe ach der ist schon down ok gut bei dem mache ich aber schaden wunderbar der ist down such mit dir das ziel aus den kleinsten natürlich da möchte ich keinen schaden aber wir haben ja gelernt in panzer 1 dass der gerne mal seine reifen verliert und wie man sieht hat das wunderbar funktioniert reifen ketten unser panzer der verpufft einfach der kaputt war na meinetwegen wenn er das will soll er das doch na gut jetzt können wir in die nächste story weitergehen die arme katze die wird platt sein das war das war das war das war das war Das ist ja so gut, was ich? Es gibt viele Dinge in der einfachstensten. Was ist das? Ein Fokse ist nicht der Kugel. In der Seine Snare. Die Kugel ist nicht so schnell. Ja, ich habe das Wort sehr viel gelernt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020